Ab Montag wird das Testament von Richard Lugner besprochen, um das Erbe des Baulöwen aufzuteilen. Der Lugner-Clan kommt endlich wieder zusammen. Jedoch nur beim Notar. Das Erbe des Baulöwen muss besprochen werden. Und damit natürlich auch die Frage, wer bekommt überhaupt etwas? Lugner änderte das Testament. Konkret geht es bei dem Termin um das Privatvermögen von Richard Lugner. Also Wertpapiere, Schmuck, Immobilien. Die Lugner-City selbst gehört nicht dazu. Sie gehört nämlich seiner Stiftung. Was wohin geht? Unklar. Auch Simone selbst wisse bisher noch gar nichts, erklärt sie gegenüber heute. Was fix sein dürfte, seine vier Kinder und Simone Lugner stehen im Testament. Der Baulöwe sagt nämlich, wer bei mir lebt, wenn ich sterbe, soll auch entsprechend erben. Auch änderte noch kurz vor der Hochzeit mit seinem Bienchen das Testament. Wie genau, das wird sich am Montag beim Notar zeigen. Lugner hinterlässt ein geschätztes Vermögen von rund 250 Millionen Euro, welches jedoch zum größten Teil in seiner Stiftung verwaltet wird. Beim Privatvermögen könnten sich hingegen sogar Schulden angehäuft haben. So könnte es gut möglich sein, dass Simone auch beim Erbelehr ausgeht. Denn bei einem unbedingten Erbeantritt würde sie auch die Schulden übernehmen. Und das wird sie nicht wollen. So könnte es nichtา im Baulögen geben. Und das ist nicht